Warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir ne Festanstellung, wenn du ihn darum würdest. Junge Und wie du wieder aussiehst, Lächeln in der Hose und ständig dieser Lärm. Und dann auf deine Haare, da fehlen mir die Worte. Musst du die entfernen? Was soll die Nutzmann sagen? Wie kommst du nach Hause? Wir wissen nichts mehr weiter. Junge Brich deiner Mutter nicht das Herz. Es ist noch nicht zu spät, dich an der Uni einzuschreiben. Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert. Wäre das nichts für dich? Eine eigene Praxis, Junge. Junge Und wie du wieder aussiehst, Lächeln in der Nase und ständig dieser Lärm. Was soll die Nutzmann sagen? Elektrische Gitarren und immer diese Texte, das will doch keiner hören. Was soll die Nutzmann sagen? Wie kommst du nach Hause? So viel schlechter Umgang. Wir werden dich entern. Was soll das Nutzmann sagen? Wo soll das alles enden? Wir machen uns noch fliegen. Und du warst so ein süßes Kind. Und du warst so ein süßes Kind. Du warst so süß. Und immer deine Freunde. Ihr nehmt doch alle Drogen. Und ständig dieser Lärm. Was soll die Nutzmann sagen? Denk an deine Zukunft. Denk an deine Eltern. Willst du, dass wir sterben? Lärm! 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 Untertitelung des ZDF, 2020